herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch blackout von jacuzza und busy montana alle weiteren informationen zu diesem album und der tracklist sowie natürlich auch die links zum album findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung blackout von jacuzza und busy montana das ganze im oktober 2006 erschienen wir haben hier mal wieder ein album aus dem reich deutschrap jawohl es ist das collabo album von jacuzza und busy montana das ganze über erst guter junge erschienen hier oben lesen wir einmal die jazz tickel präsentiert dann haben wir hier die beiden herrschaften links busy montana und rechts jacuzza dann hier auch noch mal durch diese zwei schemen angedeutet einmal in schwarz einmal in weiß jacuzza und busy montana blackout reguläres tool case auf der seite ist das ganze hier beschriftet und auch wenn es nicht scharf stellt so und auf der rückseite haben wir dann hier eine wand und die tracklist 19 tracks an der zahl features sind mit dabei von billy mighty kasov die wo nice nochmals mal die joshi also joshimitsu raf camora und nochmals raff dann haben wir noch die infos und den barcode noch mal beschriftet und dann schauen wir rein als allererstes ins booklet so wir haben hier das ganze was wir schon kennen also das cover natürlich dann die drei hauptakteure links busy montana rechts jacuzza und in der mitte dj stickel dann haben wir hier die credits zum album wer daran beteiligt war und auf der rückseite dann nochmal diese zwei gestalten hier in weiß und schwarz er ist guter junge schriftzug so dann packen wir das booklet wieder zurück und kommen direkt zur cd auch hier haben wir wieder diese zwei mixchen hier in schwarz und weiß und dann hier noch einmal die beiden herrschaften glaube es ist das bild vom ups geht schon wieder das booklet raus ich glaube es ist das ja genau das bild von hinten hier die gasse und hier entsprechend mit den beiden akteuren so dann packen wir die cd wieder rein ebenso das booklet das gerade wieder rausgerutscht ist und das war es soweit mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr jacuzza und busy montana und auch mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao